Achso. Der nimmt dann ja noch auf im Hintergrund, weil die Playstation nimmt ja immer im Hintergrund auf. Äh, okay. Verstehst du? Damit wird ein bisschen, damit wird die Rechenleistung abgezogen von diesem Hintergrund aufzeichnend, was sowieso immer läuft. Versteh ich jetzt nicht. Du kannst ja auch zum Beispiel deine letzten 5 Minuten, die du gespielt hast, kannst dir auch Freunden zeigen. Über den Share-Button. Und das läuft dann nicht. Hallo! So, ähm, ja. Ich weiß gar nicht genau, wo ich stehen geblieben bin hier. Achso, ja. Ähm, ja. Erstmal hallo zum Days Gone Stream. Ich habe ja eben noch Assassin's Creed gespielt, aber da hatte ich eigentlich keine Lust mehr drauf und dachte ich mir, ich mache bei Days Gone einfach weiter und... Deak! Corporal! Hey! Ja. Wir gehen jetzt einfach mal tanken. Das ist immer gut, denke ich mir. Und... ich weiß gar nicht genau, was ich heute mache. Sollen wir erst mal die Quest machen. Sollen wir erst mal die Quest machen? Und... ne, ist aber die Story, ne? Eigentlich ist alles die Story. Äh, dankeschön! Danke! Guck. Äh, ich glaube, du bist auch beim... zum ersten Mal hier im Stream. Ich habe wenigstens den Namen noch nie gelesen. Wir sehen uns, Corporal Saint John. So. So. Wir müssen auf jeden Fall Schrott finden. So, dann... Ich hasse das hier, ne, dass man hier rumfahren muss. Äh, nein. Ich wäre fast gegen einen Baum gefahren. Ähm... Ah, das ist auch zum ersten Mal hier. Okay. Ich muss mal gucken, ob alles so klappt, weil ich habe eben bei den Einstellungen was umgeändert und da kam gerade schon eine Meldung. Deswegen mal gucken. Kann ich das umstellen wieder? Ähm... Nein, deine Kommentare anzeigen. Ne. Ich höre nie wieder auf dich, Bastian. So. Entschuldigung, ich muss so ganz kurz... weg. Nein, verdammt! Los, steig dich an! So. Oh. So, es läuft wieder. Okay. Wir haben eben was bei der Einstellung mal umgeändert, um zu gucken, ob das jetzt ein bisschen anders läuft. Aber ich stelle das, glaube ich, beim nächsten Mal wieder zurück. Ähm... Wie lang ich YouTube mache? Ähm... Seit Februar? Circa? Glaube ich. Ja. So Ende... Januar, Anfang Februar müsste das... sein. Ich habe am Anfang auch nur Let's Place gemacht. Und seit kurzem... streame ich mir mal ein bisschen. Und... ja. Oh, weißt du? Du bist außer sich. Ja, das glaube ich. Der Dock war ein guter. Der Dock war ein guter. Ergendswo hinter mir. Oder? Doch nicht. Da, doch da. Oh. Das war das Falsche. Das war eindeutig das Falsche. Ähm... Weg mit dir. Ja. Okay. Taylor hat mal was davon gesagt, um zur Skihütte raufzufahren. Ich werde mal nachsehen, ob er da ist. Ah, ungefähr. Ja. Geben Sie mir dann Bescheid. Und Corporal, der Colonel will Taylor lebendig... Was machst du denn auf deinem Kanal so? Ja. Verstanden. St. John Ende. So. Alles verwenden. Alles verwenden. St. John. Corporal St. John. Kommen. Melden Sie sich umgehend bei mir. Hey Colonel. Äh... Ja Sir. St. John Ende. Tut mal raus. So. Immer wollen die Leute was von mir hier. So. Ähm... Ach so, du bist nur am Aufbau. Ja. Also dann alles Mögliche. Oh, das Zombie. Das ist ein Zombie. Ja. Ähm... Ähm... Nein, nein! Ach, Mann! Ich verstehe auch nicht, wieso der hier die andere Waffe ausgerüstet hat. Oh, Mann! Wo ist denn jetzt diese Olle? Und glaub nicht, dass die Vereinten Nationen ungeschoren davon kommt. Da hinten. Da hinten. So. Jetzt ist sie weg. So. Ich hab gedacht, wir tun einfach ein bisschen... Aber wenn du wüsstest, an was die in Cloverdale arbeiten, direkt vor deiner scheiß Haustür, dann würdest du einen Herzinfarkt kriegen. Ja. Ich würd mal sagen, wir tun einfach ein bisschen die... Gebiete... Machen. Machen. Ähm... Wo hab ich die Feuerpfeile? Brandpfeile. Nein! Ich hasse diese Viecher. Ah. Kann ich mal welche herstellen? Natürlich nicht. Rückstoß. Vielleicht klappt das auch mit den Sprengpfeilen? Lass uns mal gucken. Ja, ja, ich weiß. Da oben. Hier vorne. Ja, komm. Das funktioniert. Ne, passiert damit nicht, ne? Wieso auch immer. So. Ich geh mal weg. Ich hasse diese Vögel hier. Aber da ist auf jeden Fall noch ein Nest. Gleich. Wieso macht er es nicht auf einmal da rein? So. Oh. Nein! Ähm. Heilen, heilen, heilen. Das hier. Oh. Falsches. Ach. Guck mal, da sind Pilze. Ähm. Mitnehmen. Hier. Oh, sie ist da. So. Yes. Oh. Der Bildschirm geht jetzt gleich wieder aus. Das muss auf jeden Fall mal anders einstellen. Oh. Ja, das mit der Benachrichtigung habe ich schon öfters gehört, dass da irgendwie Probleme mit sein müssen. Dass das irgendwie bei vielen wohl so ist, dass die dann keine Benachrichtigung bekommen. Das finde ich auch irgendwie blöd. Was sie dann... Wieso gibt es dann die Glocke, wenn die gar keine Benachrichtigung kriegen? So. Dann haben wir das hier. Sollen wir die Dinger hier sammeln gehen? Ich mach das jetzt einfach. 100% sind da jetzt Horden, wenn wir da jetzt... Oh. Nein. Horden, wenn wir jetzt hier da aufsammeln. hier vorne müsste eins sein. Hier vorne müsste eins sein. Hallo? Okay. Wollte nicht. so kommt man ja auch Stück um Stück weiter bei dem Spiel. Mit allem machen, was es geht. Nein, nein. Nein, nein! Oh nein! Scheiße. Ja. So sollte man es nicht machen, ne? Könntest du mal bitte aufstehen? Nein. Nee. Da ist mein Motorrad. Ich hab's aber nicht markiert, ne? Nee, ne? Ah, das ist doch... Ach ja. Machen wir das einfach nochmal. Nein. So. Aber wenn der da den Radio-Empfang da bekommt, wieso kriegt das eine Camp, wo wir im Moment sind, das dann nicht? Die müssten doch eigentlich wissen, okay, ähm, da sind ja noch welche Leute. Eigentlich. Das frage ich mich gerade. Ja, komm. Jetzt haben wir kein Pfeil mehr. Nein, das ist falsch. Das da. Granate? Ja, ich... Boah, ich hasse diese Vögel hier, ne? Und da. Ja, weiß kaum. Vielleicht hast du... Äh... Mein Lieblingsspiel ist... Ähm... 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 The Dragon Age. Ja. Also das Erste. Das Zweite, das kann man vergessen. Aber... Ich weiß gar nicht, wie oft ich das... Ich habe das, glaube ich, vier, fünf Mal durchgespielt. Ja. The Dragon Age. Das ist eindeutig mein Lieblingsspiel. Wo ist denn hier das... Ach, da ist das Kraut. Aber so im Moment spiele ich eigentlich sehr gerne Days Gone. Ähm... Ja. 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 Ich glaube, bei Spiele darf man auch manchmal nicht so oft nachdenken, ob das logisch ist oder nicht, weil sonst, ähm... ergibt das oft keinen Sinn. Sehr oft keinen Sinn. So. Aber siehst du, ich habe jetzt auch keine mehr Zuschauer, obwohl das das Spiel, das... Äh... Ja. Sag mal, etwas... Ja. Neuer ist. Das liegt einfach wirklich, glaube ich, einfach daran, wie die Leute Zeit haben, die einen abonniert haben und... Ja. Das liegt einfach daran. Jetzt hat er es wieder nicht gemacht. Jetzt aber. Jetzt speichere ich es aber mal am Rad, wenn das... Ne, geht nicht. Okay. Möchte nicht. Ähm... So. Jetzt fahre ich aber nicht wieder darunter. Weil ich den Weg folge. So halbwegs. Hier war das lang. Hier lang. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Damit ich ja nicht wieder runter... Ich steige einfach am besten schon mal ab. Äh... Äh... Das könnte hier auch gar keiner zuschauen, ne? Das... Wäre auch möglich. Ich habe auch das Gefühl, dass Leute eher zugucken, wenn... Wenn man live ist, statt wenn die... Wenn die Let's Plays sind. Muss ich sagen. Und so kann man halt auch auf Kommentare eingehen, ne? Und sonst ist es halt... Immer schwer zu sagen, ob die Leute wirklich das gucken oder nicht. Weil die meisten dann immer so schreiben... Boah, tolles Video. Und du denkst so... Okay, in dem Video ist da alles schief gegangen. Aber... Ja. Aber wie bei Enderal, ähm... Da habe ich die Leute halt gefragt, so hier mit dem Ton. Versteht ihr mich gut und so? Dann waren da... Ihr nehmt in den Kommentaren, wo die Leute geschrieben haben. Ja, tolles Video und so. Wo ich nur dachte, ähm... Ich habe euch eine Frage gestellt. Ich muss wissen, ob der Ton in Ordnung ist oder nicht. Ja. Ähm... Ich habe so gesehen damals einfach so aus Spaß angefangen, ne? Und... Ähm... Das wird auch gar nicht anders gehen. Ne. Ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Klar, man freut sich halt, ne? Wenn dann... Keine Ahnung, wirklich so... Zum Beispiel zehn Leute oder so zuschauen. Oder jetzt wie nur drei, ne? Ist ja auch schön. Aber wenn jetzt keiner... Irgendwann auf Dauer wäre das irgendwie... Ja, blöd. Man würde halt nur gesehen mit sich selbst reden. Oder gar nicht reden. Dann bräuchte man das ja auch nicht aufzunehmen, ne? Ähm... Ja. Das kann ja auch wirklich mal sein, dass ich streamen und wirklich keiner zuguckt. Weil keiner Zeit hat oder keiner... Lust auf das Spiel hat. Kann ja auch sein. Also... Ja. Was? Weil mir gucken ja Leute zu... Mal mehr, mal weniger. Komm ich da rein? Ich hab' ich Angst vor'n Zombie. Ähm... Ja, bei den Computeraufnahmen, das ist halt immer... Ein bisschen... Blöd. Wollte ich sagen. Ich hab' jetzt auch ein bisschen umgestellt und so. Aber ich weiß halt auch nicht genau, wie ich das sonst noch anders einstellen soll. Und... Ja. Wie du sagst es jetzt, wenn ich jetzt ehrlich hier, dass es viel geraschelt war und so. Die meisten sagen, ja, es war gut. Wenn man dann geschrieben hat, ja, wie war denn der Ton? Ja, war gut. Und man denkt so, ähm, okay. Aber man lernt ja halt auch noch, ne? Oder es soll ja einfach nur Spaß machen und jetzt nicht... Ja. Man, ist ja kein Profi da drin. Ah, das kann ich nicht aufmachen. Okay. So, das haben wir jetzt alles. Da wär' ne Quest. Ähm... Machen wir die doch, oder? Ah, schön, dass du wieder zurück bist. Das ist doch schön. Ich wär' fast dagegen gefahren. So, äh, bei Enderrei war es halt nicht so gut. Ja, das muss man halt noch richtig einstellen, ne? Hier mit der Musik. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier reinfahren will. Noch ein Signal. Okay. Oh, guck mal da. Oh, noch ein Nero-Injektor. Gut. Ja, mit... Bei Enderrei nehm ich auch mit ein anderes ZZ auf, als jetzt bei... bei der Playstation, wenn ich bei die Playstation-Streamer... Oh, geiles Zeug. Ich denk einfach, ich muss einfach die... bei dem PC einfach die Empfindlichkeit was runtersetzen. Noch ein Mikroflikader. Hey. So, hat mir einer davon nicht... Ich hätte das halt raschenverdammt noch mal gemacht. Ich bin vier Tage am Stück eingeteilt. Dürfen die das eigentlich? Haben Sie es getan? Ja. Dann dürfen Sie es wohl auch. Wir haben eine Menge zu tun. Wenig Zeit. Ja, ja, ja. Das weiß ich, aber scheiße, Doc. Ich meine, die nehmen uns echt hart an. Das ist hart genug. Ähm, hier ist ne Sackgasse. Ah, toll. Jetzt erstmal hier rausfahren. Hier lang, ne? Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ähm, da lang, da lang. Aufpassen. Irgendwo gegenfahren. Ähm. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man sagt so, hör mal, deine Stimme ist zu leise, dafür ist aber, ähm, die Musik ist zu laut. Und das hilft ja ein und das ist ja auch nicht schlimm. Dann weiß man das, ne? Das manchmal überhört man das einfach auch. Dann denkt man auch, das ist ja alles super, ne? Und, ähm, da merkt man das halt später so, dass es doch nicht so ganz okay ist, ne? Ich find über, bin über, über Tipps immer sehr froh. So. Hier müsste eigentlich auch ne Beere sein. Da. Ähm, wohin mussten wir jetzt? Hier vorne, ne? Ich speichere lieber erstmal mein Bike, dann. Pass, geht auch alles gut. Hä? Achso, da vorne, das ist weiter runter. Müssen wir jetzt da hochklettern? Ja. Ich hab jetzt am, ähm, Mikrofon sowieso ein bisschen anders eingestellt bei Enderal. Da. Mach ich einfach nochmal ne Testaufnahme und entweder sagen die Leute mir, hör mal, das ist immer noch nicht so gut. Vielleicht muss ich mir dann wirklich mal gucken, dass ich mir ein anderes Mikrofon mal besorge. Ich hab ja bald Geburtstag. Und da kann man sich das ja wünschen. Oder halt, ähm, nicht halt. Dann wird halt nur am PC aufgenommen. Äh, am, an der Playstation. Oder ich versuch halt mal mit das, ähm, auch wieder die falsche Seite von der Leiter, ähm, mit dem Mikrofon mal am PC aufzunehmen. Geht ja auch. Mal gucken. Ich glaub, Enderal wär, glaub ich, auch so ein Spiel, was man gut halt streamen könnte. Also, let's playen. Weil das ist halt ja mega lang. Ja, ich hab bald Geburtstag. So ein kleiner Hinweis. In einer gewichten Riss-Richtung. Ich hoffe, das ist hoch genug. Busa, hier ist Deacon, kommen. Lost Lake Camp? Irgendjemand da? Deac? Deac, bist du das? Ich kann dich kaum hören. Die, die Verbindung ist schlecht. Wo bist du? Crater Lake, äh, ob du es glaubst oder nicht, ähm, hey, äh, ich, äh... Schön, dich mal wieder zu hören, Bruder. Ich dachte, dass du vielleicht schon auf dem Rückweg bist. Nein, nein, Busa, noch nicht. Es ist, äh, es ist ziemlich kompliziert. Hör zu, ich, äh, ich wollte eigentlich nur mal hören, ähm, ja, wie... wie's so läuft bei dir. Gut, gut, Dick, alles bestens. Du errätst nie, wen der alte Mann zum Sicherheitschef ernannt hat. Was, dich? Ja, ganz genau. Hat wohl gedacht, dass ich mit nur einem Arm auch nur halb so viele Probleme mache. Okay, äh, ja, ja, wie gesagt, ich, ja, ich wollte mal hören. Schön von dir zu hören, Bruder. Ja, 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 mein Freund. Das wissen wir doch schon, dass er der Sicherheitschef ist. Naja, ist egal. Ja, eben. Und das ist auch schön, dass man halt dann auch Kommentare eingehen kann. Und irgendwie macht es mir in letzter Zeit auch ein bisschen, also mehr Spaß zu streamen, als dann aufzunehmen. Ich weiß auch nicht, wieso. Und ich dachte mir einfach, probier's aus und entweder guckt jemand zu oder halt nicht. und, ähm, ja, ist halt so. Das könnten ja auch alle reinschreiben, hier, boah, das ist ja voll langweilig, das war die blöde Stimme, ähm, du spielst scheiße, ey, du bist ein Mädchen. Ja, keine Ahnung. So welche Sachen halt. Ähm, das könnten wir machen. Ja, ich glaub, wir machen das hier auch. Ja, das machen wir. Ein Stream, ob das mit bestimmter Abo-Chall geht? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Das weiß ich nicht. Also ich hab ja 280 Abonnenten, glaub ich. Ja, ey, du bist ein Mädchen. Hier ist ja so, die meisten denken so, ach, Mädels können ja nicht zocken, oder so, ne? Das, ähm, ja. Wie, du bist ein Mädchen. Achso. Ich weiß es nicht, ob man eine bestimmte Abo-Zahl haben muss, um erst zu streamen zu können. Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich hab's halt am Anfang nicht ausprobiert, weil am Anfang ich es mir auch nicht getraut habe, um ehrlich zu sein. Ähm. Achso. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann sein, dass, dass sie da ihre Regeln verändert haben, oder so. Ähm, wo sind denn hier die Bären? Da. Okay. Erstmal kann ich auch auf Twitch streamen. Das hab ich auch schon mal, und da hab ich, glaub ich, gar kein Abonnent. Da vielleicht ein paar, weil ich das, äh, bei meinem Kanal verlinkt habe. Da haben die Leute dann, die das gesehen haben, mich da abonniert, aber, ähm, ja. Aber vielleicht tue ich einfach morgen wirklich mal am PC ausprobieren zu streamen, und dann kann man halt dann ja auch sagen, hier mit dem Ton, ob das gut ist oder nicht. vielleicht. Komm's nicht drauf an. Ach, man muss ja keiner, ja klar, ich hab beim ersten Mal auch, auch aufgeregt, ne, und hab gedacht, okay, vielleicht guckt ja keiner zu oder so, und, und wenn, dann ist das halt so, ne, vielleicht guckst du auch, dass irgendwas, wie du sagst, dein Freund, der soll dein Moderator sein, wenn da wirklich einer reinkommt und sagst so, äh, ist ja voll blöd hier oder so, dass er den einfach wegluckt. Das kann immer sein, ne, es könnte auch jetzt sein, dass hier einer reinkommt und sagt, ähm, ähm, der sagt, ähm, äh, der Kanal ist voll blöd oder so. Warte, ich lass dich erst mal ausreden, ansonsten. Okay. Oder auch nicht. Ja. Auf jeden Fall. Einfach ausprobieren. Und entweder denkst du dir, okay, das ist was für mich oder halt, es ist halt nix für dich. Das. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich finde, man kann auch nur fast vor was Angst haben, wenn man weiß, was es ist. Wenn du es halt nicht ausprobiert hast. Warte, man erst mal den Ding ist auch für Schrott. Eben, das wäre gut, ne, dann wüsste man, okay, ist das so gut eingestellt, ne, und, wegen Feedback und sowas. Welch mache ich das morgen sogar? Einfach so eine kleine Testrunde. Wo ist denn hier ein Nest? Also unter uns wahrscheinlich, ne? Ach, guck mal da. Wir haben nette Freunde hier unten. Wieso? Nein, nein, nein. Boah, war das knapp. Hinter uns ist auf jeden Fall was. Also es ist ein Vogel. Oh ne, jetzt wird's nachts, ne? Ich nehme meinen. Sollte vielleicht auch treffen. Ach, guck mal, da ist auch noch einer. Nein, da, nein, nein, da, da. Ach, ist egal. So, ein Nest. Ich glaube, der zweite ist direkt gegenüber, wie das aussah, ne? Nein, Waffe. Oh, ist doch nicht tot. Nachts kommen wir nicht ins Meer, dann haben wir mehr, ähm, Ohren. die wir dann schön weitergeben können. Ähm, ach, dass ich muss erst mal weg. Ach, okay, bis zum nächsten Mal. Ähm, hier könnten wir es auch noch machen. Und Waffe nehmen. Nein. So. So. Ach, rüber da. Alter, was ist das denn hier? Ein ganzes Rudel. Nein, geht weg. Böse Waffe. Hm. Hm. Lauf mal weg. Lauf mal weg. Lauf mal weg. Nein, 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 nein. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Rudel kommt. Ah, ich habe keinen im Waffe mehr. Kacau. 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 Nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. So. Nehmen wir das hier auch noch mit. Hier müsste auch ein, so, das ist der Vogel wieder. Ähm. Und da oben ist noch ein Nest von denen. So auch vernichtet hier. Ich gehe noch kurz im Bike zurück und speicher. Ich werde auch nicht mehr lange machen, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Hallo, kannst du speichern? Ich speicher, ne, wieso kann ich denn jetzt nicht speichern? Okay, wieso auch immer. Da sind aber noch Nester, sehe ich gerade. So. Und hier ist noch was. Ähm. Ich mache hier das Gebiet noch und dann höre ich, glaube ich, auch für heute auf. Wo ist das? Scheiß Nest. Ist das hier irgendwo? Ja. Ah, da ist er noch. Oh. So. Weg mit dem. Wo ist denn dieses gummige Haufen Zeug da mitnehmen? Dann gucke ich mal kurz in den Autos, ob da noch Schrott dran ist. Oh, das ist schön. Da gucke ich aber gleich mal rein in das Video. Und wenn du ja machst streams, kannst du ja Bescheid sagen, dann werde ich auf jeden Fall mal dabei sein und liebe Sachen in den Chat schreiben. Warte, ich werde jetzt erst mal... Nein, das wollte ich ja nicht. Ich wollte das ver... Herstellen, herstellen. Herstellen. Ähm. Ich werde jetzt erst mal Sachen wiederherstellen. Damit wir alles voll haben. Ähm. Nein, nur unten. So. Ähm. Klar, ich muss mir bloß noch überlegen, was... Ach, ist gut. Ähm. Macht einfach das, worauf du Spaß hast. Und... Ja. Mach einfach wirklich, worauf du Spaß hast. Und das ist eigentlich der beste Tipp, würde ich sagen. Weil... Wo du dich einfach sicher fühlst und denkst, okay, oh, nee, die will ich nicht. Die möchte ich nicht. Der soll gehen. Nein, nein, nein. Geh weg. Ja. Ich würde einfach sagen, mach einfach, worauf du Spaß hast und wo du sicher bist. Oh, nein, 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 nein. 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 Ich will das nicht nochmal alles neu machen müssen. Nur wegen dem da. Ähm. Nein. Das war glaube ich... Ach, fuck. Lauf erst mal weg. Hallo. Zielen sollte ich noch vier. Och, der ist aber leicht gewesen diesmal. Und hallo, Markus. Warte, noch einer? Ach, da. Nein, nein, nein. Böses Hundi. Böses Hundi. Böse, böse, böse. Kack, ich hab's wieder verkackt. Dieses... Spechel... Teil da. So. Hier gibt es eindeutig so viele Sachen zum Looten. Ähm, hier. Ah, ich bin... Oh nein, ich hab die Bären voll. Das finde ich nicht gut. Das ist eindeutig nicht gut. Ähm. Hier sind ganz viele Fragezeichen. Äh, ganz viele... Äh, Xe. Fragezeichen. Ähm. Wo ist jetzt mein Bike? Da unten. Ah, das noch. Ah ne, wir haben ja das voll. Wir müssen auf jeden Fall Sachen... wegbringen. Oh, außer auch zu niedrig. Da ist noch eins. Dann machen wir das noch, würde ich sagen. Dann haben wir das Gebiet nämlich hier sicher. Halbwegs. Jetzt will ich ein Nest. Ich muss ganz in der Nähe sein. Ach, jetzt können wir speichern. Wieso? Wieso? War's das schon? Das war jetzt aber... Wenig. Okay, dann haben wir da unten noch. Da ist noch so ein Nero-Ding. Da auch noch. Ja. Muss auch noch machen. Oh, ich mach das nicht mehr heute. Ich bin irgendwie müde. Ich warte noch kurz, bis das abgefackelt ist, damit ich das da holen kann. Und dann kann ich ja schon mal den Skillpunkt vergeben. Ähm. Was machen wir denn? Ach, dann haben wir hier alles. So. Das kann ewig dauern, bis das da... Sonst tut er einfach dein Lieblings... Nein! Ich dachte gerade, er tut jetzt wieder... Tut er einfach sonst dein Lieblingsspiel, streamen oder so. Wo du denkst... Was kannst du gut rüberbringen oder sowas. Oh, hinter mir. Da ist noch einer. Da müsste auch einer sein. Ja. So. Wo ist der? Ach, dahinter im Baum. Ich höre noch einen, aber... Ach, da unten. Das Öhrchen holen wir uns noch. Hier ist auch alles rot. Ach, so auf der anderen Uferseite. Da hab ich keine Lust zu. Ich höre noch ein bisschen zu. Irgendwo. Ach, da. So. Ach, da ist auch noch einer. Nein, nein, nein. Ach, wieder nicht geklappt. So. So, jetzt aber. Jetzt gehe ich erstmal zu meinem Bike zurück. So, ich würde auch sagen, ich mache jetzt für heute Schluss und morgens, wie mich. Wie gesagt, vielleicht am PC oder auch nicht. Mal gucken. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.